Hallo liebe Jugendlichen, hallo liebe Erwachsenen-Tanzkreispaare. Heute für euch die Samba mit Kerstin und Helge. Viel Spaß, wir zeigen. Wir starten für den Herrn zur rechten Seite mit dem Wischer für die Dame zur linken Seite. Wischer 1, Wischer 2. Wir drehen die Dame in ein Körschlick. Hinten dran zwei Promenade. Promenade 1, Promenade 2. Wir drehen die Dame raus und ran. Rolling up and rolling in. Wir drehen die Dame unterm linken Arm und dadurch, er tanzt einen Samba-Grundschritt am Platz. Eins, Schritt, Schritt gegen Promenade Position. Wir tanzen zweimal ein Botafogo. Botafogo 1, Botafogo 2. Wir drehen die Dame mit einer Volta-Bewegung unterm linken Arm. Eins und zwei und drei in Tanzhaltung. Und zum großen Finale noch ein Damensolo. Und wir sind wieder in der Wischer-Position. Einmal auf der anderen Seite komplett getanzt. Wir haben Wischer 1, Wischer 2 ins Körbchen rein. Wir tanzen die Promenade 1, Promenade 2. Rolling up, rolling in. Dame unterm Arm, ein Botafogo. Zweiten, Volta 2 und 3. Und vier Damen-Solo und start von vorn. Das Ganze mit Musik, meine Lieben, auf engsten Raum zu tanzen bei euch im Wohnzimmer. Viel Spaß. Der Herr beginnt mit dem rechten Fuß, die Dame mit dem linken Fuß. Fünf, sechs, sieben, auf. Eins, zwei, drei und zwei, zwei, drei. Für vier, drei. Promenade, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zwei, zwei, drei. Runterm Arm. Eins, zwei, drei, zwei. Und eins, zwei, zwei und drei. Und vier. Dame-Solo, Wischer, Wischer. Wischer 1, Wischer 2, links, Körbchen, Promenade, Zweite, Dame rauf, Dame rein und Körbchen ab. Und zwei, eins, zwei und drei, vier. Dame-Solo, Wischer. Kessi und Helge sagen Dankeschön. Wir wünschen euch viel Spaß beim Üben. Schön gesund bleiben. Ein baldiges Wiedersehen.